und damit hallo und herzlich willkommen auf meinem gg channel ich bin der gauda und wir spielen assassin's creed valhalla in der letzten folge haben wir die dlc mission von beowulf angenommen wegen und haben nach einem monstro einem riesigen monster gesucht das irgendwie alles zerfleischt hat und jetzt warten wir hier oben auf grendel aber anscheinend sind das 2 grendel wir werden sehen wir sind nicht gut vorbereitet auf jeden fall holfelder ruhig da ist jemand jesus wachen spielen wachen spielen und zack da haben wir grendel heute sterbst du nicht töten spielen spielen nur spielen du machst grendel weh oh oh ich will nach hause bei allem was heilig und hell ist was für eine art monster ist dieses ding kein monster ein mensch seltsam anzusehen doch dieser grendel ist war ein mann und sehr leicht zu killen aber wo kam er hier alle männer haben mütter dieser rief am ende nach der seinen und alle von uns selbst die hässlichsten haben eine seele oh herr vergib diesem mann seine sünden und gewähre ihm deine gnade und ewige liebe moder überall bleib hier wohl felder ich folge dieser spur und das denke ich nämlich auch zack tot nehmen wir den mit mögen all diese seelen in frieden bringen grendel muss diesem moder hierher gefolgt sein aber von wo okay hier ist die moderspur nach südwesten so wir fackeln den mal ab und er will nicht brennen wir schauen uns erstmal kurz hier um und damit wir das hier mitnehmen können wollen ja nicht zwei oder dreimal kommen hier müsste es gehen zum glück haben wir einen feilgipfel komm rein da machen wir gleich die tür entriegeln also wir hätten wahrscheinlich auch so reinkommen können na egal zerfetzter brief mildred wir fliehen nach norweg bevor roots männer alles in schutt und asche legen wir konnten nicht alles tragen was im keller versteckt war also bring alles von wert mit was wir zurücklassen mussten aber spute dich die dänen nehmen alles und verschonen niemanden viel glück edrick ja edrick deine frau ist tot weißt du unter wie ich sehe einfach gar nichts meine frau ist leider tot zack das fackelt hier jetzt kurz ab gucken noch nach ob es hier noch irgendwas gibt aber anscheinend nicht sondern da runter da was ist das hier da die ausschließen wir haben den schlüssel bei den schweinen gefunden anscheinend hat er ein schwein den schlüssel gegessen kupfer nickel baron endlich leute endlich hier gibt's kupfer nickel baron das ist schon mal nice sehr nice und titan zucker heute zucker das bedeutet wir können bald unsere sachen aufwerten was mega nice ist ah der brauche der fackelt ne fackelt er ne ok was ist hier mehr moder der weg ist richtig ok finde grendels unterschub grendel hat eine moderspur hinterlassen grendel kann wahrscheinlich aus kam wahrscheinlich aus dem südwesten von brissela südwestern lang eine leiche von einem elch knochen wo ist das hier die quelle des moders muss nah sein wirklich nah sind wir uns da sicher erstmal gibt's hier pilze erz pfeile ganz wichtig ok das sagt nix hier entlang oh leute seht ihr das da würde ich ja richtig schade dass sie alle wegrennen pfeil und leder oder und hase verdammt verdammt jetzt aber ok hier geht es runter die moderspur führt in diese grobe tote pferde ist hier ich habe überall wild das ist ja crazy wild gibt auch guten mahlzeiten also wenn ihr mahlzeiten braucht auf jeden fall wild jagen was ist das hier rußverschmierter zettel die legenden die legende verheißt schätze in diesen höhlen jene legende mag auch dich hierher geführt haben ich kam mit gesundem verstand davon aber es war knapp nun höre meine warnung kein schatz ist es wert deine unsterbliche seele zu opfern wenn du dich dennoch ins unbekannte wagen möchtest dann höre nicht auf die stimmen und sie nicht in die leere ok nicht auf die stimmen hören und nicht in die leere sehen na dann da ist irgendwie irgendwas ist hier faul sieht man doch schon hier gab es nur irgendwas kleines hier geht es noch rechts rum meine fackel brennt nicht seht ihr das? komische fackel hat nicht gebrannt hier ist irgendwie alles war dieser gestank ok hier stinkts den weg da lang gehen zuerst mal hier entlang hier ist irgendwas diese frau spricht von ihrem kind grendel ein grausames schicksal das die nornier hier wogen altes tagebuch mein junge mein lieber kleiner grendel meine augen erblicken nichts als ein winziges hilfloses ding seine gestalt mag nichts gleichen doch mein herz fühlt überwältigende liebe wie die liebe gottes ich darf ihn nicht enttäuschen sie sagen er wird nicht lange leben doch werde ich alles für meinen kleinen tun meinen grendel eine mama die ihr kind über alles liebt ok ich weiß jetzt nicht ob wir doch noch vielleicht mal schnell zurückschauen sollten wenn das nämlich der richtige weg ist und die anderen beiden sachen hier noch nur ein kleiner schatz versprechen dann müssten wir uns den holen ja wie ich es mir gedacht habe schön erz das herrscht eigentlich da unten nur schlange wir gehen trotzdem herunter vielleicht gibt es noch was anderes schlange also noch wichtig kann stimmt brauchen wir den mal wieder so dann weiter geht's die musik ist sehr atmosphärisch gefällt mir unten scheint nichts zu sein unten scheint nichts zu sein zack können wir das anzünden oh ja nice das nicht das ist ein fluch ok lesen zerfleddertes tagebuch mein grendel wächst trotz aller widrigkeiten heran unser dorf andere kinder sein eigener körper meine liebe und die gnade gottes sind alles was er braucht er wird den rest hinter sich lassen er braucht ihre verängstigen der blick verängstigten blicken ihre fiesen hänselein ihre bösen drohungen nicht ok es gibt anscheinend doch noch einen zweiten grendel und zwar den richtigen grendel grendel bist du das mein junge grendel komm zur mutter ok muffiges tagebuch es obliegt nur gott über grendels sünden zu urteilen mein einfacher junge kennt seine eigene stärke nicht vergib ihm herr denn er weiß nicht was er tut meine pflicht ist es ihm ein gutes leben zu geben und das werde ich ich liebe ihn so sehr mein lieber kleiner junge mein grendel was zum teufel ok mein kopf taumelt von Fiebertronen was ist er los Grendel Grendel wirst du das antworte bei endlich ist der flug passend aber was ist er ohne ein schloss achso da können wir die Tür aufschließen ja wir schauen nochmal kurz oben nach vielleicht gibt es da was schönes dann gehen wir nochmal runter Grimms Graben da geht es tatsächlich auch noch weiter wahrscheinlich raus wir gehen wieder zurück und wieder hier runter und jetzt lassen wir die alte dame raus es ist der moder er schickt mir bitte scheiße oh shit er ist leider tot und du kriegst zwei mal kürnitz verfrügt der alte Schachtel scheiß Hexe Alter die sah aber gerade nicht so aus du die Frau vom Gehöft du hast über die Dänen gelogen altes Waschweib meinen Jungen zu beschützen er wollte Nehmenden verletzen aber die anderen konnten das nicht sehen Sein Körper wuchs immer weiter doch sein Verstand nicht er war mein junger mein lieber kleiner Grendel Wohlfilder muss die Wahrheit erfahren das ist korrekt wir sind auf jeden Fall ziemlich ziemlich stark mit Doppel-Exten das ist ja richtig brutal ok das ist die Tür hinaus gab es da noch eine andere Tür vielleicht nicht oder doch hier kommen wir jetzt da wo wir vorher waren wir doch durch ja ja genau ok jetzt hoch dann zieht die Gegend auch schon wieder gleich viel besser aus man kann hier hoch war auch da unten kann man entlang das ist einem überlassen anscheinend hm gibt es ja unten noch irgendwas ne ich anscheinend nur wenn man runter fliegt das das weiße Heft des Schwertes von Riedrash Hall alleine verrotte ich in Tintenschwärze das Ende des Schatten das Ende des Schatten Irrgartens in der Hand eines wohlgeborenen Glitzer glitzere ich mit zügellosem Feuer ja ok hier geht es anscheinend doch nicht nein ne da geht es doch nicht mehr das sieht nur so aus wir brauchen noch eine Fackel und zünden das hier an noch das hier können wir doch bestimmt anzünden ja nice ok zack da gibt es was schönes wo bin ich hier das frage ich mich ja auch Erz ein Opal und was ist das hier ok oh oh Herr Linus die müssen einen Zweck haben hab ich denn da bekommen römisches Autofakt und rätselhafte Tafel Heft ah diese Tafeln davon muss man äh hab ich zwölf oder so sammeln und dann kann man sich Excalibur holen und man braucht zuerst alle Tafeln und dann kann man sich das Schwert holen das soll irgendwo in äh London sein oder so ich weiß es nicht genau ich weiß es nicht genau ich weiß es nicht genau weil sie dort auf jeden Fall das hier und dann dann das mitnehmen und jetzt wieder hoch so nice äh gut ich sag mal so die Quest hat man glaube ich nicht wenn man den DLC nicht holt aber sich jetzt für diese Quest alleine im DLC zu holen ist auf jeden Fall nicht das was man braucht also die Quest war ganz nice war ok aber definitiv nix was man wirklich braucht auf gar keinen Fall ok ok wir gehen jetzt äh hier hin und danach vielleicht auch dahin so so geht's so ah keine Ahnung wie ihr Name der hat dieses wilde Hilde oder so die wilde alte Hilde irgendwie so hieß hier ok ich find wilde Hilde sogar nicht richtig gut im Namen Evo du lebst noch bitte erzähl mir alles ich tötete ein Monster das ein Mensch war dann fand ich seine Mutter tötete auch sie seine Mutter sie griff mich im Dunkeln an und ich wehrte mich doch es war keine Heldentat diese armen Seelen ich werde heute Abend im Kloster Beretschingum für sie beten du brichst bereits auf? ich muss der Bischof wünscht einen umfassenden Bericht über die Bestie von Estengla aber lass meinen Namen da raus ich will nicht dass man sich meiner dafür erinnert ich verstehe vielleicht wäre es als Lied besser in meiner Jugend versuchte ich mich als Dichterin es mag an der Zeit sein mich darauf zu besinnen doch welche Geschichte soll ich schreiben? die volle Wahrheit wäre nur schwer zu verdauen etwas Tröstendes über Helden und Ungeheuer denn die Wahrheit die Knochen kalte ganze Wahrheit ist oft schwer zu ertragen sie sticht wie ein kalter Nordwind im Nacken Gott rettet uns alle Evo ich verabschiede mich nun doch werde ich dir schreiben sobald mein Gedicht fertig ist leb wohl danke und pass auf dich auf wolfhilder mach eine gute Geschichte daraus und so entstand die Geschichte von Beowulf und Grendl wir haben auf jeden Fall jetzt nochmal drei Fertigkeitspunkte die können wir direkt investieren wir wollten hier oben entlang eine Eisbildung Feuerwiderstand Weg des Beeren und Schlachtfeld einerschauen sehr nice dann gehen wir hier hin wir haben sogar noch zwei Punkte das ist ja heftiger shit wir kriegen hier wir kriegen hier Level nach Level nach Level ich spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level zu Level bis der End Boss kommt hier genau dahin dahin da haben wir noch hier und hier die Quests äh schauen wir da mal vorbei auf geht's Loki du hast ein Steckenpferdchen hier entlang hier entlang eine schöne Mission zum krönenden Abschluss Uh Pilze Leute Pilze zum Abschluss mega nice achte auf die Zeichen und ich quere die Türen in der richtigen Reihenfolge ähm ok gibt's hier denn noch mehr Türen nein anscheinend nicht oh da hinten doch also die erste Türen wird wahrscheinlich die hier sein also die erste Türen wird wahrscheinlich die hier sein schätze ich mal oh ok nice hier hoch wir trippen und fliegen gen Himmel äh ja ja trippig shit Eivor tripp in den Himmel so high I can fly kiss the sky ok und jetzt was was war unten denn noch Blumen Raben also hier ist äh können wir da unten nachgucken ah hier von hier aus von hier aus sehen wir es es ist auf keinen Fall das ganz rechte wir sehen auch keine Fahnen Blumen das da könnten Blumen sein bin mir aber nicht sicher äh ich glaube es ist der Heuball scheint nicht richtig gewesen zu sein oder ich glaube nicht dann noch einmal sein ok hier ist Odin hier sind Schilde achso und oben gab es auch Schilde also gehen wir hier durch anscheinend nicht hä etwas verwirrend ok nochmal hm hm ah der die Raben wären dann richtig oder äh genau die Raben wären dann richtig weil Odin hatte 100 Raben die einen beobachten könnten oder sollten und Odin also der Allvater wo wir glauben dass wir das sind wird auch als Rabenvater gehandhabt wegen müsste das hier das Richtige sein ok extrem verwirrend ist anscheinend auch nicht richtig noch einmal wenn wir hier durchlaufen dann kommen wir auch wieder gleich raus bestimmt ja also es ist nicht der Heuballen und es ist nicht dann müssen es die Schilde sein weil hier unten so viele Schilde rumgammeln also wenn es die Schilde sind hier gibt es ja eine Menge Schilde so rüber 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 hoch so hier rüber zack also wir haben den Heuballen Kletter wir haben den Heuballen und die Raben dann müssen es die Schilde sein weil unten so viele Schilde waren das war der richtige Weg ok Raben Schilde ok ok ich denke einfach durch die Mitte das sieht am schönsten aus und scheint richtig gewesen zu sein oder? ja vorher sah ich das reichen Reichtümer fressen und der Tod stand vor der Tür und doch kam er zur Ruhe denn Leben ist besser auch Leben in Armut die Weisheiten von Eivor Fliegenpilz Rätsel geklärt und dazu auch noch eine Opfergabe sehr nice und das wärs dann auch für diese Folge vielen Dank fürs Zuschauen weil euch das ganze gefallen hat lass doch ein Like und ein Abo da es würde mich ultra freuen vielen Dank und Hade Ciao